Moin Moin, Weidmannsheil und herzlich Willkommen im nächsten Revierlebenteil. Ich begrüße euch hier im wunderschönen, nebligen Herbstwald. Ich schwenke mich mal, dann wird das Bild zwar ein bisschen dunkler, weil da die Sonne ist, aber es ist so eine geile Atmosphäre hier gerade. Schee, oder? Heute ist so für mich gefühlt der erste Tag, wo wirklich so Herbstfeeling aufkommt. So nass, kalt, Nebel, ist überhaupt nicht richtig hell geworden. So richtiges Drückkehrsaisonwetter. Aber muss man nicht schön finden. Ich feiere es gerade ein bisschen. Ja, heute ist der erste Tag seit vier Wochen, wo ich mal halbwegs überpünktlich von der Arbeit rausgekommen bin. Die letzten Wochen hatten wir wieder viel mit Pandemie und Resturlaub, der weg musste vom Weihnachtsgeschäft. Das hat sich alles gestockt und dann war das Arbeitsvolumen dementsprechend höher. Und da war ich auch, dann bin ich dann heimgekommen, so kurz vor Dämmerung, auch immer so ein bisschen Elan los. Dann noch die Sachen packen und dann auf Krampf noch irgendwas machen zu müssen. Das wollte ich einfach nicht. Das will ich nicht, weil ich weiß, dass ihr das merkt. Und wenn ihr merkt, dass ich mir da irgendwie aus Krampf was aus den Fingern ziehe, da ist das Video scheiße. Aus dem Grund habe ich die letzten vier Wochen nochmal den Ball etwas flacher halten müssen. Aber seid beruhigt, Kurve geht bergauf, sodass wir in den nächsten Wochen einiges an Rohmaterial noch verarbeiten können, was noch auf den Festplatten liegt. Und hoffentlich nächste Wochenende geht die Drückjagd-Saison so richtig los, da dann auch noch ein paar Szenen mit Revierleben, Drückjagd und Waldmannsheil in einem Videotitel bringen können. Ja, Revierleben, typisch, müssten wir das Video mit Sachen machen beginnen. Gerade schwieriges Thema, weil die Sachen, die wir gerade machen, sind einfach nur hier Drückjagdböcke umstellen. Wir müssen ganz, ganz viele Böcke umstellen durch den Waldumbau, der hier durch die Natur mit Käfer und Windwurf vonstatten ging, um darauf zu reagieren. Denn, weil Sitze, die du letztes Jahr irgendwo hingestellt hast, Drückjagdböcke, die bombastisch waren, die sind heutzutage nach einem Jahr einfach komplett für den Arsch, weil du keine fünf Meter mehr siehst. Das machen wir halt immer in kleinen Krüppchen und ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Die Jungs hier im Revier akzeptieren alle, was ich mache, dass ich euch hier mit der Kamera mitnehme. Die sagen aber auch, sie brauchen nicht unbedingt auch im Internet herum aufzutauchen. Und ja, wenn wir dann wirklich uns treffen und was schaffen, dann will ich auch mitschaffen und will dann nicht hier irgendwie da noch eine GoPro für eine Timelapse und dies und das. Und ganz im Ernst, einen Drückjagdbock, einen neuen Pfosten dran klopfen und drei Äste abhacken, damit wieder freie Sicht ist, das ist jetzt auch nichts, was man bringen muss. Aus dem Grund habe ich gedacht, wenn wir Sachen machen, technisch gerade so ein bisschen, ja, nichts mehr zu tun haben, außer so Sachen, die einfach nicht reinpassen, zeige ich euch heute einen neuen Sitz. Den da, den haben wir vor fünf oder sechs Wochen gestellt. In einem Instagram-Wheel war es schon mal. Also die Leute, die mir auch auf Instagram folgen, kennen ihn wahrscheinlich schon für die YouTube-Community. Die zeige ich euch nochmal. Geiles Äckchen. Hier sind letztes Jahr die riesenrotte Sauen, die bei Freddy vorbeikam, die bei ihm über das freie Feld passierte und dann hinter ihm in den Bestand ist. Die muss ich hier oben irgendwo durchgemogelt haben. Ein Rudeldammbild ist hier oben durchgekommen. Und ja, wir haben das Ausbaldowert, wo die Wechsel langlaufen und ich glaube, das hier ist der Platz, wenn sie dieses Jahr wieder so laufen wie letztes Jahr, hat der Schütze hier richter Erfolg. Wir kleidern mal hoch. So, und so sieht das Ganze von oben aus. Wir haben hier Schussfeld. Wir haben nach vorne, da bis zu den ersten hohen Bäumen Schussfeld. Dahinter flacht das Gelände. Geht kurz hoch und flacht dann wieder ab. Also da ist Schluss, aber das ist auch absolut ausreichend Platz. Hier rüber können wir alles einsehen und haben auch noch massig Schussfeld. Wir haben das Ding ein bisschen breiter gebaut, dass man wirklich auf der Drückjagd auch mal hier in dem Bereich wirklich mitschwingen kann. Aber man trotzdem ein Dach über dem Kopf hat. Vorne haben wir eine Salzdecke installiert, weil wir denken, dass hier mit der Freifläche, jetzt wo Licht an den Waldboden kommt, sieht man ja auch das ganze Grün, das überall schon sprießt, dass das auch jetzt in den letzten Herbstwochen und im Frühjahr auch mit dem Rehwild ganz interessant werden könnte. Ich denke, das könnte ja ein äußerst fängliches Plätzchen sein. Und die beiden Hauptwechsel, von denen ich gerade eben gesprochen habe, die müssen irgendwo einer hier so laufen und der andere kommt so. Die Drückjagd ist Mitte Dezember. Warten wir es mal ab, ob der Platz so fängig ist, wie wir hoffen. Ich mag Dirk auf jeden Fall. Mein Vater ist auch schon komplett vernaht. Der hat es leider noch nicht geschafft, hier drauf zu gehen und alle haben die Füße still gehalten, weil er gesagt hat, komm. Wenn der Chef da so einen Nahen dran gefressen hat, dann geht jetzt erstmal keiner hin, bis er da zwei, dreimal gesessen hat und die Lage sondiert hat und vielleicht auch erfolgreich war. Muss jetzt die Tage nochmal ein bisschen kitzeln, ob er jetzt sich die nächsten zwei Wochen nochmal hierhin bewegt. Ansonsten probieren wir das im Laufe der nächsten Wochen mal abends mit der Kamera aus hier in der Ecke. Weil ohne Nebel kannst du hier halt auch wirklich sauweit gucken. Ich glaube, das ist ein Plätzchen für schöne Ansätze. Warten wir es ab. Nächster Halt im Bestand an einer Kehrung, dem DAX-Bau. Hier hat die Kamera vor zehn Tagen zwei nette Bilder geschickt. Dammwild ist hier Wechselwild. Wir sind hier auch Dammwild-freies Gebiet. Bis vor vier, fünf Jahren hatten wir es auch relativ regelmäßig da. Und jetzt hier die Aufnahmen, die jetzt kamen, waren, glaube ich, die ersten im letzten halben Jahr. Also es ist wirklich weniger geworden. Und umso mehr freut es mich dann, wenn sich einer von den Kerlschirmen hierhin verirrt. Weil ich mag Dammwild einfach. Ich finde Dammwild einfach schön. Und ja, der Hirsch ist auch abnorm. Hat auf der einen Seite nur so ein spießähnliches Gebilde. Und zwar auf dem ersten Bild hat man es überhaupt nicht wahrgenommen. Auf dem zweiten Bild hat man es richtig gesehen. Ich hoffe jetzt, weil wir zwei Bilder haben. Das heißt, wir haben sechs Bilder und zwei Videoclips, dass man es da besser drauf erkennt. Und die wollte ich einfach gucken. Ich war letzte Woche zwar auch zweimal abends hier oben, bin gerade noch mit Nemo eine Runde um die Jagdhütte gedüst. Nur hier ist überall außenrum jetzt Bestand, da will ich, äh, Einstand, da will ich abends, wenn ich zu meiner Hunderunde hier nach Feierabend hochfahre, dann eine Viertelstunde vor Ende vom Licht. Einfach nicht mehr hier drin rumspringen. Deshalb war das heute oberste To-Do, die Dammwild-Videos von der Kamera unterholen. Ja, und ich gehe einfach mal davon aus, dass die wie immer bei den Seca-Cams ganz anschaulich sind von der Qualität her. Und die seht ihr jetzt. Mal gucken, was ihr zu dem Abnormen-Hirschlein sagt. Ja, das waren die Aufnahmen vom Abnormen-Dammwild-Videos. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie zumindest die zweite Serie gut geworden sind, wo er da mit stolz geschwellter Brust genau vor der Kamera im Blitzlichtschein steht. Und ja, wie gesagt, ich habe sie selbst noch nicht gesehen. Sie sind jetzt auf der SD-Karte in der Hosentasche, aber das, das Bild, das zweite, was geschickt wurde, das macht mir Hoffnung, dass man ihn in seiner vollen Pracht und mit Abnormität gut erkennen konnte. Jetzt, jetzt fahren wir noch schnell, ähm, ins Einhorn-Tal. Da brauchen wir neue Salzigsteine und ich habe da eine Idee. Wir sind im Einhorn-Tal. In dem Einhorn-Tal, in dem es keine Einhörner gibt. Es gibt hier aber was anderes. Ähm, Thema Luderplatz hatten wir ja schon mal angegangen. War aber nix. Ging ja voll in die Buchs. Ich habe, die Stelle war meines Erachtens perfekt. Ich habe es ordentlich, ausreichend, regelmäßig beködert. Waren zwei Füchse da. Ähm, der Nachbarjagdorfseher wird mir jetzt widersprechen. Der ist, äh, sehr raubwildaffin und der macht auch ordentlich Strecke. Aber was ich so, ähm, abends nach dem Rehwildernsitz, wenn du nochmal mit, mit Wärmebild einmal drüberglast, hier über so riesen Feldflächen siehst, sind einfach weniger Füchse da als früher. Ja, wir haben ganz viel mit Reude zu tun. Wir hatten richtig krasse Ausbrüche, wo du stellen, weil du überhaupt keinen Fuchs mehr gesehen hast. Im Frühjahr, dann, letztes Jahr ging's dann wieder, Ende letzten Jahres. Im Frühjahr hatten wir dann wieder die ersten Füchse auf der Kamera, die, die eine komplett blanke Lunte hatten und, äh, richtige Fehlstellen am ganzen Körper. Ist relativ dünn. Ich habe aber hier in dieser Hecke mal geschaut. Da ist eine riesengroße Dachsburg. Und das sieht so aus, als wäre da wieder Betrieb. Draufgekommen bin ich, weil ich hier abends mal im Auto langgefahren bin. Und habe einen Fuchs hier direkt mal bei der Straße sitzen sehen. Und mal morgens, als ich Spätschicht hatte, mit dem Hund eine Runde gedreht hier oben, habe ich sehen, dass hier aus dieser Hecke so richtige Rutschen durchs nasse Gras waren. Das waren auch keine Sauen. Da hätte man hier in dem nassen Boden irgendwo sicherlich mal ein Trittziegel gesehen. Und es wäre irgendwo Faden, wenn die hier wirklich liegen würden. Ich gehe fest davon aus, dass Dachs und Fuchs hier wieder zu Hause sind. Und jetzt kommt der Knaller. Da drüben ist ein Garten, so ein Gartengrundstück. Da hat ein Mann Holz gelagert. Und der hat mir im Frühjahr gesagt, der hätte einen Waschbären. Der würde ihm immer die Meisenknödel klauen. Ich habe diesen Waschbären mit drei Kameras, die hier in dem Areal hängen, nicht auf die Kamera gekriegt. Und vor drei Wochen habe ich ihn gesehen. Da habe ich wirklich einen Waschbären gesehen. Zum ersten Mal, dass ich außerhalb eines Wildparks einen Waschbären sehe. Aus dem Grund habe ich jetzt gesagt, wir werden uns hier in den kalten Monaten definitiv auf diese Ecke ein bisschen konzentrieren. und den Luderplatz vielleicht hier installieren. Folgende Ecke habe ich mir ausgeguckt. Wir haben da den Einhorn-Sitz und wir haben hier einen Bachlauf. Da ist die Hecke, wo wie gesagt diese Dachsbau und die Fuchsbau, die Dachsburg und die Fuchsbau drin sind. Bei Mondschein werfen die Bäume hier, auch wenn die keinen Laub haben, recht viel Schatten. Aus dem Grund habe ich gedacht, wir gehen irgendwo da vorne hin in gerader Linie vom Sitz. Das müsste passen. Das ist dann zwar keine Schrotschussdistanz, aber Kugel, das passt auch. Ich werde also jetzt in den kommenden Tagen mal abklären, wem hier die Wiese ist und fragen, ob das okay ist, wenn wir da unseren Luderplatz aufbauen. Und dann gehen wir das Thema Luderplatz nochmal an, so als kleiner Spoiler für die kommenden Revierlebenteile. So, und ich werde jetzt gerade noch zwei Salzwecksteine rausbringen. Jetzt brauche ich es aber nicht zu zeigen, wie ich so einen Salzweckstein auf so eine Salzwecke packe. Aber, ihr seht es ja in meinem Handschuh schon, habe wieder was gelernt. Ich war vielleicht, als ich Salzwecksteine geholt habe, vor drei Monaten, ein bisschen faul. Und habe gedacht, wenn du die unter das Carport legst, wo sie trocken liegen, das reicht. Du musst die jetzt nicht einmal um die ganze Jagdhütte hinten, wo wir den Mais aufstehen haben, in das Fass mit dem Deckel, wo überhaupt nichts dran kommt, packen. Dann musst du sie, wenn du sie brauchst, die wieder nach vorne und unter dem Carport reicht. Das war der Gedankengang. Die Realität zeigt allerdings, dass es eine dumme Idee war. Und ich in Zukunft dann doch Salzwecksteine mit der Schubkarre in den vorgesehenen Platz im luftdicht verflussenen Fass packe. Und für euch habe ich jetzt noch einen Clip von vor zwei Wochen, vom Ansitz, wo es endlich mal wieder mit einem Stück Rehfeld gepasst hat. Viel Spaß dabei. Ja, heute Abend ging es mal wieder raus zum Rehfeldansatz. In einer verdammt langen Woche, letzte Woche. Es war heute Abend endlich mal wieder Zeit. Ich bin hier an die große Windwolffläche gefahren. Und beim Angehen ist direkt rechts vom Sitz auch schon Rehfeld abgesprungen. Da hatte ich aber noch überhaupt keine Kamera oben. Es war ein einzelnes Stück. Ich glaube, es war ein Bock. Aber genau, kann ich es einfach nicht sagen. Ja, dann stand links auf der Fläche schon Rehfeld. Da hat man deutlich den Spiegel in diesem grünen-braunen Brombeermeer schon gesehen. Das war ein weibliches. Und ganz hinten, quasi am entgegengesetzten Ende der Fläche, da standen fünf Stück. Die haben dann immer wieder die Tauchstationen und Bromben eingenommen. Mal hat man das Wärmebildgerät hochgenommen. Und man hat sieben Stück Rehfeld gesehen. Und in der nächsten Sekunde einfach keins mehr. Und jetzt, das haben wir. Viertel vor sieben haben wir. Vor fünf Minuten kam der Ricke mit zwei Kitzen von oben links dazugezogen. Ein Kit ist deutlich schwächer als das andere. Aber so vom Bauchgefühl. Auch das vermeintlich Stärkere war jetzt nicht so super stark. Ich habe dann geschaut. Sie standen relativ lange die ganze Zeit auf einem Pulk. Dann zog das erste Kit nach rechts, die Ricke, hinterher. Und das schwächere Kit zog dann irgendwann auch mit. Dann hatte ich freies sich vor das Feld und habe fliegen lassen. Dann hatte ich den Kupfer, der Kupfer war. hat auch gut gezeichnet jetzt ist immer nur in der windflusscheiße hier die sache mit den bergen gott sei dank stehen hier ein hoher baumstumpf der ist fast weiß und daneben baumstumpf ein kniehoher und da habe ich hingeschossen also den anschuss finden wir locker ich habe dann noch mit dem kidsfieb versucht die ricke und das zweite kids die sind nach rechts in die fläche abgesprungen noch mal zu gesicht zu bekommen hat auch geklappt leider zu gut sie kamen die schneise genau auf den sitz stramm auf mich zu und dann habe ich den fehler gemacht und habe ja scheiß scheiß filmreise die kamera nachgerichtet und dunkle kiste helles gesicht helle finger zum letzten licht das hat die ricke direkt spitz gehabt und dann sind sie abgesprungen also auch auf kanzeln haben handschuhe und was das vorm gesicht definitiv eine daseinsberechtigung mittlerweile ist es so dunkel geworden dass die taschen aber raus muss wir haben aber hellen roten schreis das ganze blasig in die richtung ist es weg und denke 15 meter werden wir es haben hier geht es dann weiter ich habe leider nur die große taschenlampe dabei leute deshalb überblendet das ganze so aber da liegt bei jetzt 15 meter totschlucht und hier haben wir es rappelig dürr so 20 minuten habe ich jetzt gebraucht mit mit dem schwachen kids aus diesem windwurf da wieder raus zu kommen irgendwo den abgang verloren wo es wieder richtung sitzt gegen den trampelfahrt den ich da gelaufen bin ja dann muss ich ein bisschen querfeld eingehen ich merke es auch so ohne pss nachsuchenhosen durch die bombe fällt das ist nicht so geil ja jetzt beginnt logistik ich habe jetzt große kamera und rucksack aufgenommen zum auto gebracht jetzt fahre ich meine freundin einsammeln die habe ich nämlich eben an ihrem sitz rausgeschmissen die sitzt seit 20 minuten jetzt im dunkeln ohne wüchsen also nachwüchsen dicht und warte dass ich sie abhole sie hat aber schon geschrieben sie ist mir entgegen gekommen also wenn ich jetzt noch drei minuten quatsche ist sie vielleicht schon an der jagdhütte und ist die zwei kilometer gelaufen dann zur jagdhütte hackpack holen weil das habe ich eben natürlich nicht dran gemacht war bei meinem glück dieses jahr habe ich gedacht ja passiert eh nichts brust kein hackpack dann kids einsammeln dann aufbrechen und dann sind wir fertig für heute wird auch premiere gestern ist endlich das neue kühlausaggregat installiert worden nach zehn wochen zwölf wochen wartezeit jetzt die ganze zeit auf ein einziges ersatzteil gewartet und das kam dann feine die letzte woche donnerstag und gestern war es dann soweit dass wir sie dann funktionieren das kühlhaus haben und nicht immer zwei orte weiter zu jacht auf seaditer da in die kühlung müssen so genug geschnackt auf geht's und damit wären wir auch schon wieder am ende angekommen ich denke wir sind heute ein bisschen kürzer als sonst immer die 20 minuten revue leben die wir angepeilt haben ist aber nicht schlimm wenn es so ist ich muss das gleich alles zusammensetzen zusammen basteln dann machen wir beim nächsten mal einfach ein bisschen länger ja mir bleibt dann wie immer nur noch zu sagen denkt dran wie es gefallen hat ein däumchen ist ein träumchen und wir sehen uns im nächsten video hori do und weibmann zeiten